Wieder ein Hallo bei mir, bei den YouTuber Degayoshi. Schön, dass ihr vorbeigeklickt habt. Diesmal wieder einen BD-Film, den ich euch vor oder näher bringen will. Und zwar den Film Spritztour. In Originalen heißt das Ding 6 Drive. Ich habe ihn schon vorgestellt in der DVD-Auflage, jetzt ist jetzt hier vorliegend die BD-Version, also Blu-ray-Disc. Mich hat ein YouTuber draufgebracht, tut mir leid, ich weiß jetzt den Namen nicht gerade, der in meinem Kommentar bei der DVD drunter geschrieben hat, den gibt es jetzt auch auf Blu-ray-Disc. Und das war halt gleich mein Gedanke, hole ich mir. Und hier liegt er. Also ich mag den Film, deswegen habe ich mir auch noch mal auf Blu-ray-Disc gekauft. Die DVD hat es mein Neffe, der mag den Film auch sehr. Also ich kann nur sagen, wer den Film nicht kennt, es handelt sich, wie gesagt, um jemanden, der sein Internet-Date kennenlernen will. Und er sich dabei herausstellt, dass es ein bisschen geflunkert ist, das Date. Also dass es eigentlich Trickbetrüger sind. Und da fahren sie halt mit einem coolen Auto hin, also ein schönes Road-Movie, eine schöne Komödie, mit klasse Musik, klasse Schauspieler und Top-Bit und Top-Ton. Und auch Bonus hat er auch. Also kann ich nur empfehlen. Jo, die BD hat ein Wendekover. Von drinnen normal gehalten wieder. Wie gesagt, Wendekover. Schöner Film. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Gutes Teil. So, das war's.